Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. Wir gehen heute über die Patchnotes rüber, die Patchnotes der ersten Patches in Season 9 Version 9.01. Wir sehen hier schon die neue taktische AR, taktisches Sturmgewehr, Taktik rettet den Tag, dieses solide und präzise Sturmgewehr ist die ideale Wahl auf engen Raum. Das hatten wir gestern schon gesehen, ist in der seltenen, epischen und irgendeinen Variante. Da finde ich auch gut, dass es noch in der seltenen Variante verfügbar ist. Er kann auf dem Boden in Thron- und Vorratslieferungen gefunden werden, so wie bei Verkaufsautomaten erworben werden, so wie fast jede Waffe. Ist voller automatisch, das heißt nicht ein Klick. Magazin mit 30 Schuss, das heißt so wie normale ARs, beursacht 22, 23 und 24 Schaden. Das heißt, die Waffe macht relativ wenig Schaden eigentlich, so im Vergleich zu anderen Waffen. Ist eigentlich schon fast ein bisschen wie eine Maschinenpistole. Also vom Schaden, bisschen weniger Schaden als die Drumgun. Hatten auch nur ein Kopfschuss-Multiplikat von 1,75. Das heißt, keine Zweifache wie bei der Restlichen. Allerdings streut diese Waffe in Gefechten auf engen Raum wenig, ist jedoch im Vergleich zu anderen Sturmgewehren auf große Reichweite wenig effektiv. Das ist wirklich eine Nahkampfwaffe. Auf ja einen Kampf bringt die kaum etwas. Ja, dafür ist die auch geeignet, dass man die wirklich im Nahkampf benutzt. Die Kondition des Kuglers wurde von 200 auf 500 verringert. Ist natürlich nochmal ganz schön krass. Der Kugler soll in erster Linie eine spaßige und aufregende Fortbewegungsmöglichkeit sein. Wir haben das Gefühl, dass er noch immer zu stark in der Defensive ist. Diese Anpassung sollte die Effektivität in diesem Bereich reduzieren und die Stärken des Kuglers beeinflussen. Finde ich auch wirklich ganz gut. Ja, Kugler, weil 200 Leben kann man sich noch so denken, der überliebt häufig eben halt wirklich mit 50 HP und 150 Schaden sind gerade mal 5 Scar-Hits und die Scar-Hits gehen eben mal schnell rein. Anpassung des Trommelgewehrs. Zum Glück hatten die jetzt eben mal schöne eine Woche da mit Spaß, die ganzen Spieler mit dem Trommelgewehr, das OP war. 26 und 27, auch 22 und 23. Und das ist wirklich ein extremer Nerf, weil das mal 4 Schaden alleine sind und man kann eben halt nicht mal mit 4 Hits einen Down machen. Auf Green Life. Seit das Trommelgewehr wieder aus dem Tresor kam, ist dessen Effektivität ein wenig besser, als wir uns erhofft hatten. Diese Veränderung sollte die Effektivität im Kampf reduzieren, ohne dass das Flair der Waffe dabei verloren geht. Finde ich auch gut. Zum Beispiel Gebäude sprayen geht damit genauso gut wie vorher. Dafür finde ich, ich finde das echt ganz gut dafür. Die Kleinstmaschinenpistole kommt wieder in den Tresor. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Aufgrund dem vor kurzem wieder hinzugefügten Trommelgewehr und dem brandneuen taktischen Sturmgewehr wollen wir mit dieser Veränderung die Verfügbarkeit von Waffen mit hoher Schussrate ein wenig eindämmen. Finde ich auch ganz gut. Ich fand so, dass die Kleinstmaschinenpistole war immer so eher schlechter. Anpassung der Windkanäle, endlich mal. Es gab ja immer, dass man da nicht bauen konnte, nicht vernünftig reingehen konnte. Genau, Windkanäle verhindern, das Bau nicht mehr in die Höhe zu bauen, um in einen Windkanal zu gelangen. Sollte einfach und tief funktionieren. Wir haben festgestellt, dass sich manche Spieler hoch zu einem Windkanal bauten, aber aufgrund der Bauanschränkungen auf gut Glück springen mussten und den Windkanal dabei manchmal verfehlten. Ich glaube, das ist in den paar Tagen wirklich so ziemlich jedem Spieler passiert, der ein bisschen regenmäßiger spielt. Man ist dann so dran und da fehlt so ein Millimeter, um da rein zu springen. Bekommt dann manchmal Fall, damit stirbt sogar und das ist eben halt ein bisschen nervig. Viele, die in den Windkanälen fliegen, zerstören von Spieler erbaute Gebäude, nun wenn sie damit mit diesen kollidieren. Ist auch ganz gut, so gibt es immer keinen Bug, wenn da irgendjemand drin ist, der da etwas zugebaut hat, dann kann man trotzdem immer durchfliegen. Windkanäle werden nur nach Sturmphase 5 deaktiviert. Das ist eigentlich auch ganz gut, dass man nicht mehr dann irgendwie im Arena-Modus oder so die benutzen kann. Uns sind einige Situationen aufgefallen, in denen Windkanäle in Kleinaugen des Sturms später im Spiel für Probleme sorgten, da sich Spieler unerwartet in den Sturm zogen. Das stimmt natürlich auch, dass wenn man dann reinspringt, einfach in den Sturm gezogen werden kann. Denn Nutzen der Mobilität, die durch Windkanäle gewährt wird, in diesen Situationen stark eingeschränkt ist, gilt mir für eine bessere Idee, die Windkanäle einfach zu deaktivieren. Finde ich auch ganz gut. Ist ja auch nicht so, ich meine, das ist alles mit Ventilatoren angetrieben. Man kann es ja einfach deaktivieren, rein theoretisch geht es ja genauso. Die Performance von Level-Streaming wurde auf allen Plattformen verbessert. Dadurch sollte es seltener passieren, dass Gebäude nicht geladen werden. Ist eigentlich auch ganz gut, dass Gebäude nicht geladen ist. Einfach Abfuck. Optimierung der Physik wurden vorgenommen, um die Performance bei Animationsüge. Bessern, okay. Ruiniertes Tilted. Das ist auch ganz cool. Taktisch-Sturmgewehr natürlich. Sieben neue Fertigobjekte. Ruinierte Geschäfte. Ruinierte Doppel-Apartments. RTL-Apartments. Ruinierte Rote-Apartments. Fisch-Apartments. Basketballplatz. Uhrenturm. Das heißt, man kann im Prinzip das zerstörte Tilted einfach nachbauen. Finde ich ganz cool. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir Rette die Welt. Was gibt's Neues? Nebelkapseln. Scheue Höhlen, die sich lieber abkapseln. Wohl eher ziemlich selbstbewusste Minibosse. Nehmt die Nebelkapseln unter konzentriertem Beschuss oder lauft Gefahr von Zillenfeinden überrannt zu werden. Dann haben wir noch die prähistorische Isar. Urzeitliche Zustände erfordern urzeitliche Maßnahmen. Die Dinosaurier-Konstrukteurin. Erhaltet ihr mehr Rüstung, wenn euer Schild aufgebraucht ist. Ist eigentlich auch ganz gut, dass man sozusagen für Screen Life noch einen Schutz hat. Gerade für Ninjas ist das immer stark neue Kriegsspiel-Simulation Nebelkapseln. Befreit euren Garten von Unkraut, wobei ihr mit Garten euer Schirm schüttt und mit Unkraut die Nebelkapseln meinen. Findet und zerstört die Kapseln, bevor sie Minibosse erschaffen. Mit einer neuen Kriegsspiel-Simulation winken auch neue Event-Tickets, ein neues Spieler-Banner und eine größere Vielfalt für tägliche Aufträge. Ist auch ganz cool, dass die da immer etwas Neues hinmachen. Äh, hier haben wir mal die Priester-Itsa. Äh, solange das Schild leer ist, erhöht sich die Rüstung um 33. Und, äh, solange das Schild leer ist, erhöht sich die Rüstung um 100, wenn man das jemals als Konstant hat. Und bei 100 bekommen man ein Gefühl, äh, oder sehr, sehr wenig. Ja, nur der Rest, äh, hier, sonst ist eben halt hier nichts mehr. Das war's dann auch mit dem Video. Falls euch dieses Video gefallen sollte, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Wäre auf jeden Fall nice. Und schreibt vielleicht in den Kommentare, was ich noch verbessern könnte. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.